Hier ist ne Mücke. Ich schmeiß die raus. Ich hab keine Miete bezahlt. Gib ihm einen Mietvertrag. Du wohnen gib mir 200 Euro. Und dann verkauf ich mal ein paar Waffen. Die die ich doppelt hab weißt du? Die habe ich verkauft. Ach hier ist mein Ofen. Den hab ich gesucht. Waffen hab ich ja noch gar nicht sortiert. Die kann ich überhaupt noch nicht. Na alles was keine Spezial... Wie sagt man ne Spezialausrüstung hat? Verhalte ich nicht. So. Jetzt komm. Das und das... Na Max, ich zeig dir noch diese eine Mütze. Weißt du wie viel ich bekomme für die Sachen die ich jetzt drinne hatte? 21.000. Oh. Ich zeig dir mal kurz die Mütze. Na? Ich hab so ne hässliche Armee Mütze hab ich grad gesehen. Pass auf. Findest du diese Mütze gut? Die ich jetzt auf hab? Hm. Nicht so. Die erinnert mich an den Drachenkampf von vorhin. Ja genau, dafür ist ich auch. Und ich mag diesen Kampf nicht. Ich hab den selben glaub ich auch hier. Nein, nicht ganz. Ich hab jetzt 21.000. Warte, ich verkaufe jetzt... Ich hab noch ein paar Sachen. Noch ein paar Klamotten, die ich noch weg haben will. Und dann nehm ich noch ein paar Waffen mit. Ich hab... Weißt du wie viele Kisten ich an Waffen hab mittlerweile? Drei Stück. Ich hab wahrscheinlich noch mehr. Ich hab die nie sortiert. Noch aber nicht so viel. Ja, ich auch nicht. Aber ich... Bin ja noch nicht dazu gekommen. Jetzt... Ich fang ja jetzt erst an alles zu sortieren. So. Mal hinten anfangen. Ach, ich hab... Ich hab... Ah, hier guck mal. Hier ist dieser komische... Bienenhelm. Und dann hab ich noch nen Schneeanzug. So. Ich hab irgendwie Poster. So, jetzt guck ich mir mal meine Waffen an. Also wenn's ne Spezialwaffe hat, dann behalb ich die. Aber hier zum Beispiel... Wenn sie keine, ähm... Keine... Wenn du siebenmal das gleiche Schwert hast, ist das schon ziemlich gut. Ja. Ja. Aber bei mir auch normal. Oder nicht nur siebenmal das gleiche Schwert. Ich hab hier... Muschel... Schild. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf. Ich hab dir auch ein paar Schilder gegeben, die ich doppelt hatte. Ich hab die ja doppelt und dreifach. Ja. Ja, aber dann guck mal, ob's die sind wirklich dieselben sind. Ja. Gut. Sinn. Tatsache. Die Film. So, ich geh grad alles durch. Alles was... Dekoration ist... Bleib noch in diesen Kisten. Ich nehm erstmal alles andere raus. Ganz rein. Zwei, das ist gut. Billie. Ich wahrscheinlichnic. Ich doute nicht. oils ist so. Esaluge einiglio. Ich kann euchborn Mira. Ich bin zu elastic�무� nawet。 ist mehr viel, wassdestens amigu Telefonkott oder? Nein, ich wollte nichts kochen. Ich hab hier ein grünes Schild. Okay, noch ein Schild. Ja, ich hab hier noch ein Schild. Ein Hammer. Ich hab ein Hammer. Mann, ist das Hammer. Ein Hammer hatte ich auch gerade hier. Eine Teetasse. Ach, das ist ein Schild. Ein Pup zum Hinstellen. Ein was? Ein Pup. Ein Pup? Ja, kannst du dir hinstellen, wenn du willst. Guten Appetit. Jeder hat heutzutage einen Pup in seinem... Nein, das klingt so falsch. Ähm, wollte ich gerade sagen, klingt das nicht die Cent falsch. Das ist anders als das. Und das ist anders als das. Und das ist auch anders. Aber das Schild, das hab ich schon. Das grüne hab ich dreimal. Dann kann das grüne Schild aber weg. Ja. Und das Schild hat A 30. Und das hat auch 30. Nur 5, 0, 5. Dann hab ich es zweimal, dann kann es weg. Aber bevor ich die Schwerter alle wegschweiße, ähm, räum ich sie doch erst später. Also okay, ich sehe, dass ich halt wirklich... Aber also, viele brauch ich eigentlich. Das ist Quatsch. Bin ich der Meinung, oder? An sich brauch man, äh, eigentlich bloß... ...das Aktuellste. Na, und wenn man wechseln will, dann vielleicht noch eins. Na, beziehungsweise die, die ihm einem selber gut gefallen. Na ja, ich mag zum Beispiel ja keine Hämmer. Weil die mir zu langsam sind. Also ich... Bei mir... Ich würd alle Hämmer wegschmeißen. Ich sag mal so, wenn sie mir gefallen... Also wenn er mir von der Optik halt gefällt, würd ich sie mir halt im... So im Ding klassen, weißt du? Na ja gut, dann ja. Wann mal, was macht das? Was ist das? Hm. So, die Etage ist schon mal fertig abgesucht. Oh, ich hab so viele Wurfsterne. Ja, dann musst du die mal benutzen. Die sind nicht mal schwach. Hm. Ich hab mal ausprobiert. Ich fand sie doch relativ stark. Also, die will ich auf jeden Fall behalten. Und davon will ich aber eine wegschmeißen. Nein. Möch... Ah, hier ist die Taucherbrille. Willst du eine Taucherbrille? Nein, danke. Guck, die sieht so aus, wenn man sie auf dem Gesicht hat. Bei dir sieht sie lustig aus, weil du so eine Figur mit Zöpfen hast. Ähm, möchtest du denn eine Wasserpistole haben? Ich habe zwei. Ja. Und dann behalte ich sie. Das sind meine drei Stäbe. Die will ich auf jeden Fall. Und das ist die Piratenjacke. Ah, das ist die Jacke. Und da vorne war die Hose. Und da... Genau. Das sind meine Stäbe. Die behalte ich hundertprozentig. So, was haben wir hier? Hier ist noch ein Stab. Hier ist eine Zweihandwaffe. Hier ist noch ein Stab. Und hier ist noch ein Stab. Und hier ist noch ein... Nein, das ist kein Stab. Das ist eine Waffe ohne Spezialeffekt. Die hat Spezialeffekt. Die hat Spezialeffekt. Die hat nicht. Also ohne Spezialeffekt. Den Platinbohrer behalte ich. Der Spezialeffekt. Das ist so eine wie du hast, die Waffe. Ah, okay. Mit den Lenkraketen, da habe ich jetzt auch so ein Quai. Ach so, ja. Die hat ein Spezialeffekt. Die hat ein Spezialeffekt. Die hat einen. Das ist nochmal ein Stab. Das ist nochmal ein Spezialeffekt. Oho. Die hat einen Spezialeffekt. Die hat einen. Die hat einen. Das ist nochmal ein Spezialeffekt. Jetzt kein Spezialeffekt. Jetzt auch. Das sind die Äxte. Die haben keinen Spezialeffekt. Na, da behalte ich sie dann auch nicht. Weil ein Spezialeffekt ist mir dann doch schon etwas wichtig. Das ist nicht drin. Da sind keine Waffen drin. Die habe ich sortiert. Da sind keine Waffen drin. Hier habe ich Stäbchen drin. Stäbchen. Fressen wir heute mit Stäbchen? Ja. So, hier haben wir eine Waffe. Mit keinem Spezialeffekt. Und Darp-Pfeile hatte ich gefunden. Was ist denn das? Ich will nicht wissen. Wollen wir mal sehen. Ich bin mal gespannt. Hier ist mal. Die zwei Waffen bleiben auf jeden Fall. Das ist mein Regenbogenschwert und das andere. Ja. Kein Spezialeffekt. Spezial. Spezial. Kein. 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 Der Goldbohrer bleibt. Kein Spezialeffekt. Spezial. 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 Fein. Spezial. Spezial. Fein. Kein. Spezial. Fein. 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 Spezial. Nein. Der Bogen bleibt. Dein Spezialeffekt. Der hat einen Spezialeffekt. Der hat auch keinen. Hat auch einen. Und keinen. Jetzt habe ich ein ganzes Ding mit, nur mit Schilden und Waffen voll. Und habe noch nicht mal die Hälfte sortiert. Okay. Super toll. Also von den Schilden habe ich immer eins behalten. Weil ich da der Meinung bin, sollte man behalten. Wenn man verschiedene findet, oder? Ich habe von jeder Schildsorte auch eins behalten. Ja, das ist cool. Also die Muschelschilde sonst nicht. Oder die mit der Blume drauf. Mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Ein Muschelschild habe ich glaube ich gar nicht. Soll ich ein Frau ausbacken? Ich komme mal vorbei und gucke mir das an. Das sieht aus wie so eine Muschel. Ich bin bloß kurz da. Hier. Da kommt das rein. Okay, hier habe ich noch nicht sortiert. Mache ich dann danach. Und ach, imi ab, Scotty. Ich komme hier zu dir. Also für Dax, was ich hier drin habe, habe ich nur 9.000. Ich habe schon 5 Zellen. Brauche ich nur 10. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Am Shop. Am was? Am Arf am Shop. Ach, am Shop. Na, wo du auch deinen Treibstoff brauchst. Ja, ich war aber auf dem Schiff. Warte, bist du jetzt auf dem Schiff noch? Nein. Jetzt stehe ich hier in dir. Hier ist das Schild. Siehst du? Oh, das ist ja cool. Dann kriegst du es. Bitte. Danke. Juhu. Also dafür habe ich jetzt nur 10.000 bekommen. Für das Schild? Nee, insgesamt für alle Sachen, die ich drinne hatte. Ach so, ich habe gar kein Geld mehr. Das Geld habe ich ja alles, wie sagt man, verpickt. Naja, ich weiß. Aber ich habe ja immer noch Waffen. Ich habe ja jetzt gerade mal einmal weggebracht. Ich musste erst noch sortieren. Nee, ich, 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 ich gucke jetzt jede Kiste durch. Die hat einen Stahl, äh, die hat einen Stahleffekt. Die hat einen Stahl, die will halt ich auf jeden Fall. Die kann weg, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die da, das auch, das nicht, das ja, das ja. Und das hat aber eine Speziale, Kacke. Jee. Halt. Jetzt hätte ich was weggeschmissen. Ich wollte mich wegschmeißen. Wollte. Oh nein. Gott sei Dank noch für Sie. Naja, spätestens, äh, am Out, also im Shop hätte ich es mitbekommen. Also. Aber es ist halt blöd, wenn ich es mitnehme. Will auch ein.